So Leute, das ist die Tealist für die First If. Das haben Kanani, Bruecki und Jennings sich hingesetzt. Ursprünglich sollte Obsess mitmachen, weil, ja, Obsess mitmachen, aber der war dann irgendwie, war nicht da, war irgendwie zu spät. So, zwei Disclaimer für die Tealist, oder drei? Ja, drei Disclaimer. Disclaimer Nummer eins. Tealist sind Tealist. Subjektive Wahrnehmung von Leuten, die teilgenommen haben, die man stehen lassen kann, wie man möchte. Man muss sich davon nicht beleidigt fühlen, als die Person, die eingerankt wurde, oder die Person, die gerankt hat. Da gibt es immer eine Menge Heat bei Tealist. Jetzt Disclaimer Nummer zwei. Wir haben jetzt zwei Leute, nämlich Jennings und Kanani, die beide History mit SK haben. Also Jennings ist ja seit Ewigkeiten Top-Leiter bei SK und Kanani hat bei SK gecoacht schon 2020, glaube ich, und 18. Auf jeden Fall viel. Und Bruecki hat auch gesagt mehrmals, dass er halt normalerweise bei Tealist immer gut dabei war, weil er halt genau wusste, wie die in Sobeküter auf waren, die Leute, und er hat sie halt getroffen. Aber er hat aktuell halt recht, wenn ich League gespielt, das heißt, er konnte sie nicht richtig einschätzen, viele von den Leuten. Da haben wir Kanani und Dingens als Experten dabei, aber sind ja beide ein bisschen, sagen wir mal, SK-Prime-Biased gewesen, für leider in vielen Punkten, ne. Also und Bruecki war auch nicht unbedingt, wie gesagt, in der Lage, die zu overrulen, weil er halt nicht so viel Soloke gespielt hat und den Leuten nicht so richtig begegnet ist. Disclaimer Nummer drei. Ich habe das ganze Ding geguckt. Also ich habe es geguckt, bis irgendwie die beiden ein O waren, habe ich aufgehört, weil es einfach zu lange dauert. Die haben drei Stunden lang über die Tealist geredet. Bruecki hat Bruecki kurz und knackige Tealist rausgehauen und easy. Und dann Peng, das war geil und jetzt ist einfach ein drei Stunden Talk, verdammt wild. Ja, ich denke, im Allgemeinen sind es nicht unbedingt so schlecht getroffen. Ich finde sie sehr SK-Biased und wir reden über die Elefanten im Raum. Und zwar, wir haben gesagt, Bruecki ist, glaube ich, oberes B-Tier, wo man Bruecki happy war. Fand ich auch fein, honestly. Je nachdem, wie viel Bruecki spielt, kann er viel höher sein oder niedriger sein, bla bla bla. Kanani, glaube ich, mittleres bis oberes C-Tier, was für First Lift, glaube ich, auch fein ist. Kanani ist der Einzige von uns ohne Competitive-Erfahrung gewesen und der hat sich dafür extrem toll gemacht. Das heißt, man sieht eine Menge Potenzial bei Kanani da. Wenn er sich wirklich Competitive scrimmt und nicht alles öffentlich hat und so weiter, kann der Typ extrem wachsen. Als Spieler, wenn er auch gefördert wird von einem Coach und Competitive Environment etc. Obwohl, ob wir das nicht haben, ist auch nicht wichtig für Kanani. Wie mich hat Jenex gesagt, würde er unter Sarkre machen. Und da muss ich also, da muss mein Ego aber schon sagen, ne. Ich weiß nicht, ob Jenex ein einziges Game geguckt hat von Sarkre in der Rückrunde. Der, 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 der Summersplitz. Also, der Mann ist nicht schlecht als Spieler. Ich habe auch früher viel gegen ihn gespielt etc. Aber meine Güte. Du. Das ist halt der Ex-SK-Toplaner gewesen und Jenex meinte, das ist halt der Ex-Toplaner von Jenex, ne. Das ist halt ein Freund von Jenex, Sarkre. Weil Jenex war ja früher Midlaner und dann haben die geswappt, bla bla bla. Ich glaube, was Sarkre da gemacht hat, war teilweise fragwürdig. Aber ich würde auch sagen, ich bin schlechter als Pride. Ich bin früher bei EU-Masters, hat man, als ich noch aktiv gespielt habe, immer gesehen, dass ich gegen Pride sehr gut abgeschnitten habe. Ich habe immer gegen ihn gewonnen, als er noch bei XL gespielt hat. Aber ich spiele da seit zwei Jahren nicht professionell und er halt schon. Und er ist besser als ich aktuell. Da würde ich voll mitgehen. Ansonsten Jenex, wir sind Chachi in den oberen Kategorien. Er gibt Sinne, die beiden Leute, die aus der LSE rausgedroppt sind, sind für Jenex im ST gelandet. Und Jenex war gestern, äh nicht gestern, war bei der T-List generell so ein bisschen, ein bisschen abgehoben. Ne, ein bisschen Brück, er hat oft Witze gemacht, so Gottkönig Jenex. Weil er meinte, er soll keine anderen Leute neben sich haben. Sein ST hier ganz oben ist nur für ihn und so. War schon ganz lustig. Das war natürlich auch mit Kontext und war allgemein einfach lustig gemacht. Hat Jenex sich auch selbst wirklich ernst genommen, also war schon allgemein sympathisch, aber halt schon SK-biased. Damals sind wir eigentlich ganz happy. Dann haben wir, äh, Farad, Luwok, Sansara. Äh, Luwok ist ja, äh, bin ich auch, ist ein alter Team mit Familie. Da freue ich mich auch sehr, wenn er sich gut anstellt, etc. Ich finde, Flamer ist im Art, äh, im B-Tier nicht ganz gut aufgehoben. Ich denke, Flamer kann besser sein als Ventair. Ähm, wir haben viele ähnliche Stärken und Schwächen. Und das mochte ich auch bei Jenex Argumentation nicht. Weil er hat sehr viel über Ventair geredet, dass er, wenn Ventair seine Fiore oder Irea einloggt, dann muss er ihn respekten. Und er macht zwar viele Fehler, Ventair, aber Jenex kann die abusen, bla bla bla. Aber das ist, äh, trotzdem ein Grund, äh, den guten Ventair in Art hier zu tun. Weil diese Champions, die hat, vor denen hat er Angst in Landing Phase. Und aus dem Motto ist, Jenex, äh, ist Ventair-Art hier gekommen, according zu Jenex. Und dann später hat er genau die gleichen Argumente für Flamer gebracht. Der meinte, in Sobo-Q, wenn er Q-Nox begegnet auf Wladimir, ist ihm das Kackegal. Aber wenn er Flamer begegnet auf Wladimir, hat er Angst, weil er doch gepressiert wird im 1-1-Match-Up, etc. Also genau gleich Grund wie bei Ventair mit anderen Champions halt. Und dafür ist trotzdem B-Tier. Klar ist immer noch so eine Gefühlssache. Aber ich denke, Flamer kann schlechter als Ventair sein. Oder besser als Ventair. Tracen, honestly, kenne ich nicht. Verstehe das Fragezeichen nicht da komplett. Ich kenne ihn, du, aber nicht. Äh, will nur Irea One-Trick nicht den besten Split gehabt am Anfang. Aber auch jemand mit sehr viel mechanischem Potenzial. Eine sehr starke Irea, vor allem absolut nachvollziehbar in der Hinsicht. Ja, dann gehen wir zu Jungle weiter. Äh, ich denke, er in den U-Technisch gerankt. Lama Bear ist fein an der Stelle, 1 ranken. Ich würde ihm vielleicht noch ein Stück höher tun. Der Mann hat auf jeden Fall wirklich, wirklich sehr viel Playmaking-Potenzial. Gerade bei Hertha bewiesen. Wenn das Game 4 gewonnen wurde, lag es oft an ihm. Aber klar, mit dem Team ist es die Jungle am besten aus. Agurin wollten sie S-Plus-Tier tun. Mit der Argumentation, dass Agurin ein verdammt starker Jungle ist. Mit sehr eigenem Playstyle, der sehr gut aufging kann in sehr vielen Teams. Aber er sei zu sturköpfig, war so die Argumentation der Leute. Aber er könnte sogar der beste Jungle Europa sein, war eine Aussage. Und da würde ich, ich würde mitgehen, Agurin ist der beste mechanische Spieler in der NNO. Denke ich, aus meiner Sicht, auf jeden Fall. Aber Agurin hat auch immer noch halt, ähm, ja, ein bisschen, aus meiner Sicht, Schwächen, was halt genau das angeht. Also im Sinne von Competitive spielen und halt ein Team zu haben. Also wenn das Team komplett für ihn spielt, ist Agurin wahrscheinlich der beste Jungle auf dem Server. Aber das geht halt nicht unbedingt in jeder Meta. Und nicht jedes Team ist bereit, komplett, wie Freddy es sagen würde, Weakside-Mitte zu spielen. Und alle lassen alles hin und liegen für den Jungler. Also auch eine Menge, die ihm zugespielt wurde. Aber er ist einfach ein wirklich verdammt starker Spieler. Auch sein Champions mechanisch, etc. Und er nachvollzieht. Und jetzt kommt der Skandal, der Pride, der der Tier ist. Und zwar wollten die Freddy einfach B... Ne, warte. Die wollten Freddy am Anfang A-Tier in die Mitte packen. Das war die Aussage. Dann haben alle agreed, bla, bla, bla. Und dann haben die Weakside analysiert. Und am Ende sagt Genax irgendwann so, Matislaw... Also Brücki meinte, Matislaw ist besser als Freddy. Hat man eine Laning Face gesehen. Aber Freddy ist besser so Late-Game-technische Teamfight, etc. Und mit der Einschätzung war ich komplett fein. Freddy hat ein Laning Face gegeben. Hat das Laute erst öfter verloren. Aber ihn trotzdem später auch Teamfighten können. Die Einschätzung hat man einfach oft gesehen in unseren ganzen Games gegen Hertha, bla, bla, bla. Und dann sagt Genax, aber er sieht Freddy unter Eschick. Und dann in dem VOD war Eschick, als ich gegangen bin, irgendwie noch A-Tier. Und auf einmal kam wieder raus... Dann kam die Hildes raus und auf einmal ist Eschick B-Tier. Und er würde Freddy unter Eschick tun. Also Genax. Und als er auch über unser Line-Hack geredet hat, der hat gesagt irgendwie... NNO hat er... Der glaubt, dass die Token werden. Ich weiß nicht, ob sich Genax erinnert. 2018 oder 2019 und 20. Wo er regelmäßig gespielt hat. Vor allem gegen Freddy in Midlane. SK hat jedes Mal aufs Maul bekommen. Der hat Genax direkt gegen Freddy gelaint. Und hat komplett den Arsch versorgt bekommen, weil die immer gechokt haben. SK war damals der freeste Gegner auf LAN. SK hat immer reingechokt, lieber Genax. Ja, immer. Auch als ich gegen sie gespielt habe. Aber vor allem gegen ESG damals. Und das war halt direkt ein Matchup. Und er tut Freddy B-Tier. Also das ist ja komplett verrückt. Komplett verrückt. Bröki und Kanani wollten Freddy nicht B-Tier tun. Die hatten den A-L, ein mittleres Tier. Genau, wo ich auch war. Finde ich fein. Je nach Argumentation kann man da... Bla, bla, bla. Ich würde auch mitgehen. Freddy ist nicht der beste Spieler in der Erea-Sylas-Akali-Ära. Aber es gibt Freddy normale Control-Mage-Meter, die man immer in der regulären Season hat. Und Freddy ist doch kack-anfall ein B-Tier-Mitlane. Also lieber Genax. Ich glaube, denn erinnert er sich falsch an seine Tage, die er gelaint hat. Ganz, ganz wild. So, ganz, ganz wild. Aber ja, das war für mich irgendwie wild dann zu sehen. Freddy auf jeden Fall nicht ins B-Mittlere-Tier gehört. Der ist safe in A-Tier-Mitlane auch in der First-Ev. Ich freue mich, dass Kondo wieder hier spielt. Das ist ein sehr guter alter Freund von mir, Assa. Früher hieß er Kondo, jetzt heißt er Assa schon seit ein paar Jahren. Ich freue mich, ihn wiederzusehen. Ich freue mich auch dann gegen ihn zu spielen und antreten zu sehen. Ja, ich war recht überrascht, dass alle fünf einen N-O so hochgetan haben. Zum fünften Platz. Wie gesagt, mir hat es gereicht für unser Team. Mir reicht es auch immer noch, wenn unser Team Achter wird. Aber, ähm, ich werde einfach nur den Klassenerhalt haben, Leute. Ich sehe da keinen Druck für unsere Spieler. Wenn die Achter werden, bin ich happy. Solange wir nicht unseren Slot verlieren, ist alles cool. Wenn sie Playoffs erreichen, was sie easy schaffen können, bin ich auch sehr glücklich. Aber fünfter Platz für den Anfang ist auf jeden Fall schon ein gewagtes Ding. Hoffentlich kriegen wir das hin. Ja, SK als großer Favorit gesehen. Brücke hat noch Eintracht Spandau begründet mit Synergiewerten, etc. Und SK Prime, bla, bla, bla. Könnt ihr euch gerne im VOD angucken. Ich habe es mir nicht angehuckt, wie gesagt. Ich habe nach NNO aufgehört. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn Brücke das begründet hat. Und ja, T-List sind immer lustig. Immer viele kontroverse Meinungen. Ich würde auch meinen Dank an Genaxe aussprechen. Nur einiges Kontroverses hat er da gemacht. Was so eine T-List im Allgemeinen ein bisschen mehr Hype macht. Ansonsten warte ich jetzt halt wirklich sehr lang. War ein 3 Stunden plus Stream. Sehr SK-Biased. Ich hätte es gerne gefühlt, wenn Brücke ein bisschen mehr Gegenpool gemacht hätte. Aber ich kann auch verstehen, dass Brücke nicht bereit war, ein Gegenpool zu sein. Gegen die SK-Front. Weil, ähm, ja, der hat aber nicht so viel Solucke gespielt hat, das ist ja. Wo sind Unicorns? Ähm, wenn du Kanadi fragst, Vierter. Wenn du Brücke fragst, Dritter. Und wenn du Genaxe fragst, Siebter. Yay, yay, yay. Na, you all sind Unicorns of Love. Das ist interessant, weil ich habe da sehr verschiedene Meinungen gehört über die Koreaner. Unicorns spielt ja wieder mit Koreanern. Äh, und einige sagen, Peach wird die komplette Liga übernehmen. Andere sagen, der kann kein Englisch und das wird nicht funktionieren, etc. Also, mal sehen, was da genau passiert. Aber ja. Freddy ein mittleres Bild hier zu tun, ist von Genaxe schon sehr illegal. Gut, dass Brücke und Kanadi da waren und ihn A-Tier gelassen haben. Du be wild. Ich wollte jetzt aber auch für Top 10 Q-Trizen. Ich war gerade so, ich will jetzt wieder so eine entspannte Landingfest spielen und nichts machen. Einfach nur mit euch reden. Das war die números rein. Das war natürlich bei euch controllers. Vielen Dank.